Hallo! Alles Gute noch, auch bei der Wahl des Studienplatzes. Ich bin dabei, Da Vinci's Mona Lisa das Klo runter zu spülen. Ich denke mir, man muss es einfach machen, weil irgendwann reicht es auch einfach immer nur über Sachen zu schwätzen. Ja, ich dachte erst, ich mache irgendwie was Praktisches, aber dann dachte ich, nee, mach's frei. Ganz oder gar nicht. Und wenn ich damit untergehe, dann gehe ich halt damit unter. Wieso hast du kein Gap? Du bist doch erwachsener Mann! Ein Freund von mir ist ein Poet und er wartet auf den Untergang, auf den richtig krassen Untergang, damit sich die Kunst wirklich entwickeln kann. Aber irgendwie erinnert mich das, wie so eine Kafkaeske Irritation, die Welt halt kurz vorm Untergang hat. Ich halte es nicht für unmöglich, dass man echt ganz im Keller landet. Das war's. Das war's. Musik 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 Sagt man mal, jetzt sind wir hier bei Hittin Ulrichs Ja, das ist die Szene, die ich gezeichnet habe, aber eigentlich müssten wir dazu auf die andere Straßenseite gehen. Da, wo der U-Bahn-Eingang ist, da stehen die Jungs immer. Ich habe hier mal einen kennengelernt, also nur so ein bisschen. Eine Frau? Ja. Die, die hier da war, aber? Die ist nett. Ja, die ist nett. Aber die hast du doch von vorher kennengelernt. Soll ich weiter weggehen? Das ist so dieses ganz Unmittelbare, wo ich auch keine Angst habe, sondern wo ich halt falle. Also, das ist so, man vibriert so wie mit jeder Nervenfaser und ist dann dabei. Und dann passieren solche Sachen. Aber das ist halt selten. Man muss in so einer ganz komischen Stimmung drin sein. Es ist so etwas Nervöses, so etwas Flirrendes irgendwie, ganz komisch. Meistens ist es ja so, aufstehen, anziehen, Kaffee trinken, Zähne putzen und zur Arbeit. Ja, das Selbstporträt würde ich euch gerne zeigen. Also, ich werde immer wieder gefragt, Peter, möchtest du eigentlich schockieren irgendwie mit den Sachen, die du machst? Nein, ich möchte nicht schockieren, sondern es macht mir Spaß und ich habe eine Freude an der Zerstörung eigentlich. Das ist der Grund, warum ich das tue. Ich würde es nicht tun, wenn es irgendwas mit Weltschmerz als Hintergrund hat. Es hat auch keine didaktische Funktion, sondern es ist einfach nur eine Freude. eine Freude am Hässlichen und am Zerfall eigentlich. Ich glaube, ich bin halt ein Pessimist, der sich dann eher so auf die negativen Seiten vorbereitet. Aber der Blick ist schon nach vorne gerichtet. Dieses zu sehen, wo die Tiefen sind, das ist, glaube ich, so eine psychologische Vorbereitung, die einem dann hilft, auch besser damit klarzukommen, wenn es so weit ist. Ja, wir hatten uns vor drei Wochen getroffen und danach habe ich dieses Bild gemalt. Es war ein bisschen komisch, weil ich auf einmal den Titel, die Farbe und die Position der Figur und allgemein diese Position dieser Formen im Bild auf einmal hingekriegt habe. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich es jetzt noch gut finde, aber jedenfalls ging es darum, dass dieses Einfachmachen mit diesem Neigzeichen hier zu tun hat, hier oben. Das heißt, ich kannte ja diesen blöden Spruch Just Do It. Und dass es darum geht, dass dieses Bild ja einfach gemalt ist. Und es ist nicht nur einfach gemalt, sondern es ist, als wenn man einfach etwas tut. Ja, man tut etwas, ohne großartig sich darüber Gedanken zu machen. Und trotzdem hat es mehr Gedanken in sich, als wenn man sich vorher etwas überlegt. Jedenfalls kam es mir da so vor. Ich habe mein Drehbuch gemacht. Ich habe fast ein Jahr gearbeitet. Und ich habe sehr ziemlich harte Zeit erlebt. Mein Drehbuch schreibt, was man kennt, das ist eine Katastrophe. Ich war fast sechs Monate zu Hause, auch ohne Außerwelt, nur zu Hause. Das war ganz schwer. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich das geendet habe, ich dachte, ich war etwas Besonderes. Ich habe etwas Besonderes geschafft. Das war wirklich, etwas zu schaffen, etwas zu überleben, etwas zum Schluss bringen. Und plötzlich war ich draußen in Prenzlauer Berg und in dieser Nacht oder nächste Nächte habe ich irgendwie fünf, sechs bis zehn Leute getroffen, welche haben Drehbücher geschrieben. Plötzlich sehe ich Leute, welche alle... Zum Schluss habe ich gesehen, dass alle schreiben Drehbücher. Alle sind Schauspieler, alle sind Regie, alle haben schon das. Und danach, und danach passiert nichts. Ja, zeig mich. Sag mal, zeig deine Muskeln. Das ist mal. Wow. Ich bin drei Klos von der Galerie. Ja, es ist eine Herausforderung an das Ego. Also, wenn ich bei Ausstellungseröffnung war, ich hatte immer diesen Drang, mich zu produzieren, zu schreien, so, hey, und hier bin ich, hier bin ich, weißt du? Und auf der anderen Seite dann aber, hey, nee, kommt, bleibt mir doch alle verbleiben, wer seid ihr denn? Ich habe das gar nicht nötig, hier unter euch zu sein, weißt du? Und dieser Zwiespalt, integrierst du dich, stellst du dich selber raus? Oder, und dann auf der anderen Seite auch sich mit seinem Ego irgendwie behaupten zu müssen und von daher eigentlich sich zu verbarrikadieren, barrikadieren hinter irgendeiner Etikette, hinter irgendeiner Fassade, das führt natürlich zu einer Isolation der Menschen voneinander. Sag mal, was denn heute ist, oder? Ja, meine Vernissage ist heute endlich, nach einem halben Jahr arbeiten ist heute endlich mal eine Vernissage und es wird sich zeigen, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Kannst du von deinen Bildern leben, hast du deine Bilder schon mal verkauft hier? Ja, das waren bisher zwei ausverkaufte Ausstellungen mit England Pieper und es lässt sich nicht so komplett davon leben, es sind ein paar Nebeneinkünfte, aber es ist schon okay, es ist besser als bei den meisten, für Berliner Verhältnisse ganz ordentlich. Ich fühle mich auch noch nicht so, dass ich sagen würde, ich will jetzt was verkaufen oder also wollen ja, aber ich will irgendwie noch nicht, dass die Bilder, die ich mache, jetzt schon irgendwie so irgendwo hängen. Wieso? Also jetzt noch nicht, vielleicht ein paar, aber nicht die meisten. Ich weiß noch nicht genau, ich habe irgendwie noch nicht so genau rausgefunden, was ich machen will und wie ich will, dass es aussieht. Also wie gesagt, hier ist alles fauler geworden, alles. Und ich kritisere nicht andere Leute, dass die alle fauler sind, sondern bei mir auch das passiert gerade, dass ich total fauler geworden bin, ich kann nicht mehr mich nicht mehr kontrollieren, gar nicht kontrollieren, weil das ist irgendwie alles ein riesiger, riesiger Fluss, viel größer als Mississippi fließt in eine Richtung und du bist ganz kleine Teil in, dass du fließt, du langsam und irgendwie kannst du gar nicht irgendwie dagegen kämpfen. Einzige Möglichkeit ist zu Hause zu gehen, alles dort zu machen, Fenster zu machen und außer Welt gar keinen Kontakt haben. Gibt es Rettung, gibt es Erlösung, das sind alles so postgotische, postkatholische Fragestellungen. Der Ausweg ist das Fortkommen. Das könnte konkret werden, er weiß nur noch nicht wann, er weiß noch nicht genau wo und er weiß eigentlich auch noch nicht was, aber es wird auf jeden Fall verflucht konkret. Naja, wir sollten uns auf jeden Fall auch nochmal treffen und so ein bisschen drüber reden auch. Einfach so ein paar Eckdaten, einfach festzuhren. Es ist wahrscheinlich ein No-Budget-Projekt, egal was es dann letztendlich wird, aber er hat auch schon mit dem Choreografen gesprochen und der kann aber nicht. Weil der hat ein anderes Projekt und das wird wahrscheinlich ein bisschen vorher auch nichts. Aber interessant, sehr interessant. Das ist total interessant. Man lernt auch nämlich viel dazu. Natürlich. Man lernt auch wahnsinnig nette Leute kennen. Man muss auch irgendwann mal sagen, komm, also wenn jetzt konkret mich was anliegt, dann mache ich doch selber auch nichts. Natürlich. Einfach um das zu überbrücken. Bis zu der Zeit, wo dann einfach von alleine wieder keiner anruft. Ist ja auch total wichtig, dass man drinnen bleibt und sich weiterentwickelt. Ja sicher. Natürlich natürlich. Ich sage manchmal auch, wenn es mir beruflich nichts bringt, Hauptsache ich stand hier privat. Ja. 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 Amen. Amen. Applaus Applaus